Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe mal wieder zugeschlagen und zwar habe ich so eine kleine Bestellung aufgegeben bei Amazon oder Amazon, jeder spricht das ja anders aus. Und da geht es unter anderem um das Parfüm Max. Ja, und das sind jetzt die 60 Milliliter, kostet 24,95 Euro, das ist jetzt ein bisschen teurer als bei DM oder Rossmann, aber wir haben eine Großbestellung aufgegeben und deswegen renne ich jetzt nicht wegen 5 Euro Ersparnis extra in die Stadt, weil das haben wir so schon mit anderen Sachen wieder rausgeholt. Ja, und deswegen habe ich das mal gleich mal mitbestellt, weil ich hatte gar nichts mehr, nur noch so billigen Scheiß und ja, das ist einfach was, was auch den ganzen Tag hält und das ist ein Duft, ja, wie kann man den beschreiben? Das ist immer ganz schwierig, sowas zu beschreiben, aber Max ist einfach richtig so, ja, fresh, richtig so fruchtig frisch, wenn man aus der Dusche kommt, riecht auch immer das ganze Bad so richtig geil, also richtig frisch und fruchtig. Ja, es ist einfach so, ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll und ja, das ist einfach das Max, das riecht einfach Hammer. Also ja, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr mal Lust drauf habt oder als Geschenk ist es auch super, ich ballere euch den Link mal unten rein von Amazon, dann könnt ihr mal gucken und ja, guckt einfach mal in der Infobox, da findet ihr alles weitere und ja, was soll ich dazu noch sagen? Gehört mit zu meinen Lieblingsdüften. So, und weiter geht's und zwar mit Jill Sander Sun. Das ist einfach der Oberkracher. Dieses Parfüm habe ich oder benutze ich wirklich seit ich 15 oder 16 bin, also wirklich schon ewig und ja, das ist einfach ein Duft, wo mich wirklich jeder darauf anspricht. Jeder fragt immer, was ist das, was benutzt du da und das riecht so Hammer. Ja, und deswegen ist das mein absoluter Liebling und den ich mir auch immer, immer wieder nachkaufe. Ja, das sind jetzt 75 Milliliter für 28,90 Euro. Ich muss aber dazu sagen, dass man hier wirklich nicht viel braucht. Also ein, zwei Spritzer und es hält den ganzen Tag und man kommt mit dieser Flasche, das ist jetzt wirklich ungelogen, komme ich drei Monate hin. Ja, und das war's eigentlich schon. Ach nein, ich habe noch einen Duft für euch, den ich euch noch zeigen wollte. Das ist ein ganz, ganz billiger, günstiger, aber den habe ich jetzt auch mal gefunden und finde den gar nicht so schlecht, so für die Handtasche oder so für den Übergang, wenn man mal gerade nichts hat. Und den zeige ich euch gleich. Bleibt dran! So, mein Übergangsparfüm, das Essence Like A Million Miles Away, heißt das so? Ja, glaube ich schon. Kann ich euch nochmal alles in die Infobox reinschreiben. Gibt's glaube ich nicht bei Amazon, die seht ihr, ist auch schon leer. Das ist wirklich nur für den Übergang. Wirklich, wenn man nichts mehr hat oder für die Handtasche, für unterwegs vielleicht mal, wenn man irgendwo kurz mal eben schnell, ne? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich wüsste nicht, was ich dazu jetzt noch mehr... Ja, wie riecht das? Hm, blumig. Genau wie das Sun. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade erwähnt habe. Das riecht auch so blumig-fruchtig. Also so richtig lecker. Und das ist so ein bisschen vergleichbar. Kann man natürlich jetzt nicht so 1 zu 1 vergleichen mit Jilsander. Aber das Essence, es geht. Würde ich jetzt nicht von der Bettkante stoßen. Na gut, ihr Süßen. Das soll's eigentlich schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich echt über einen Daumen nach oben freuen. So, und bis dahin. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi! Mua!